Spreidösel Ok, zeig dir schnell, wegen dem Spreidöseln So Spreidösel So, das war's Spreidösel Spreidösel Warten, bis es trocken ist So sieht das aus, vor dem Schleifen Heute geht's darum, dass wir vorbereiten haben mit Füllern zum Schleifen Wie gesagt, möchte ich dir auch hier schnell ein paar Tipps und Tricks zeigen Wir schauen hier an Trocken schleifen Nass schleifen Zum Nass schleifen Ich brauche ein Kübelchen Ja, es muss der von Obi sein Unbedingt, sonst hast du keine Chance Also, ein Obi Kübelchen Wasser Ok Zum Nass schleifen Wie gesagt, Wasser Kübel voller Wasser Obi Kessel Nicht vergessen Schwamm Wichtig Dann nimmt man Seife Seife ganz einfach Erstens, dass es etwas schmierig ist Schön rutscht Und wir haben in der Schule gelernt Chemie Das Zeug ist leicht basisch Also Augen Vorteil ist, alles schön geputzt Alle Fettflecken Fingerflecken weg Und ich habe jetzt ein Handy Was? Was? Wer ist da? Seife Ja, Moment, gib mir gleich schnell Das ist für dich, sorry Nein, sorry Nein, sorry Okay, also ein wenig rein Nicht allzu viel So Und dann brauchen wir das noch zum Schleifen Weiter geht's Am Auto Ok Wie gesagt Trocken nass Wir fangen an mit Trocken 400 Grad Ich habe hier noch die grossen Pads Kein Problem Jetzt kommt das Klittklötzchen wieder in Einsatz Oder einmal in Einsatz Das muss ich so sagen draufklickten 400 trocken Papier Ich schleife jetzt hier Und dann möchte ich dir zeigen Wie das aussieht Das ist so, ich denke So ein wenig die Form Ich sage jetzt mal Am nächsten an der Wespa So So Die sortieren Das tun wir jetzt mal Trocken schleifen Und hier auch wieder einfach Schön die Form nehmen Nicht allzu viel Druck Schon ein wenig Druck geben Aber nicht wie ein Muni So Das sieht gar nicht so schlecht aus Aber eigentlich will ich zeigen Wegen der Konturen Aber da haben wir ziemlich schön vorgeschafft So Jetzt kommt das langsam Und ich will das zeigen Wirklich Ich weiss nicht ob man das sieht Seht man das? Da ist es jetzt schwarz geblieben Genau da Das heisst für mich Da hat es eigentlich Da ist es am tiefsten Da ist das Blech am tiefsten Und jetzt probiere ich mal Wie soll ich es herbringen Mit Schleifen Also mehr als das jetzt habe ich nicht mehr Man kann auch irgendwann mal nicht mehr spachteln Dann hätte der Spengler Voraus auf die Besse Müssen arbeiten Egal ich probiere jetzt die Tasse hier Das Bühnelchen hier rauszuschleifen Aber nicht nur hier an dem herum kaufeln Sondern wirklich etwas grösser Die Konturen hier probieren rauszuholen Kommt recht schön raus Ja Herrle Herrle So weg ist es Gut Das ist der Sinn vom Füller Dass man genau solche Unebenheiten schön rausbringt Noch Da kann man auch von hart ein wenig an das Tal So So Immer schön der vorne noch Da unten auch Das können wir auch von Hand Bestes Problem Okay Das habe ich jetzt gut von Hand Da habe ich auch noch etwas ausgeschleifen Da kann man jetzt gut von Hand ein wenig machen Das ist das Da siehst du immer wieder so Konturen zwischen drinnen Und das ist das Zeugli Das Zeug das man rausbringen muss Das ist eine schöne Fläche Das siehst du nachher im Lack gut Also heisst Schau dir dass wir es rausbringen Schöne Fläche Da gibt es eine schöne Fläche Ja Ja Gefällt mir gut Kommt gut Ja Das war noch eine heikle nachher Schöne Decke rein und da auslaufen lassen Vorteile am Trockenen, es ist zwar staubig, man könnte die Maske anlegen, ich habe ihn vergessen, ich habe ihn wieder sehr vorbildlich, es ist nur staubig, nachdem wir auf das Wasser wachsen, ist es schon eine rechte Soße. Okay, jetzt hier die glatten Flecken, also die oberen, hier die unteren Flecken, also das, was gerade ist, so dass dann das Kante noch übrig ist und noch nicht geschliffen ist. Und das dann wirklich fein der Kante anschleifen, so wie sie gegeben ist, die Kante. Und nicht wie mit dem Winkelschleifer, der Maler auch nicht so gerne, wenn der Spengler mit dem Winkelschleifer drüber ist, weil dann muss man die immer wieder raus holen, und das ist, das siehst du nachher alles, wenn das verschliffen ist, also verschleifen, nicht mehr schön ist, das siehst du nachher genau im Lack, und siehst du, dass der Maler nicht so schön gearbeitet hat. Und es ist immer der Maler schuld, das muss man schon wissen. Okay, nächste Sequenz, nass dann. Okay, ich habe eigentlich gedacht, ich könnte durchschneuzen, jetzt hat es aber hier genau so eine typische Stelle, ich weiss, man sieht sie nicht so gut, aber da kommen ja die Konturen raus, das kann passieren, aber so kann es aussehen nach dem Spachteln. Und wie gesagt, auch hier einfach die flache Hand und in der Mitte Form schön drüber hinein verschleifen, bis es wirklich draussen ist, das Zeug. und möglichst bevor das Blech wieder vorne kommt, aufhören. Jetzt habe ich es dann da schon fast. Hier kommt das Glas drüber, also die Abdeckung des Rends, das sieht man nachher nicht wirklich gut. So, jetzt ist das draussen und es ist eine schöne Fläche. Das merkt man beim drüberfahren, dass es so gut ist. So, okay, nächstes ist wirklich nass. Dann muss man schnell wegen dem trocknen, einfach um zu zeigen. Jetzt ein wenig wegen dem Übergang. So, das ist jetzt eigentlich fertig zum Lackieren. So, ich habe mein Master-Klötzli nicht gefunden, mein Gummiklötzli, ist egal. Zum Beispiel habe ich hier ein Hölzli zugeschnitten, um hier etwas grösser zu können. Das Hölzli habe ich zugeschnitten auf die Länge des Schleifpapiers. Das hier, das ist, ja, kennst du es wie ein Kantenabdeckschutz? Finde ich auch nicht schlecht. Kannst du auch brauchen. Und die normalen Klötzli. Und von Hand dann. Also, jetzt geht das los. Jetzt wird das ein wenig sausig hier. Aber ich denke jetzt einfach, ich weiss nicht, was du machst. Aber das ist oldschool. Das Nassschleifpapier kommt überall rüber. Und es ist schlussendlich genau dasselbe. Ich habe mich noch kurzfristig umentschieden. Und zwar habe ich hier gleich nochmal schnell trocken genommen. Ja, ich weiss nicht warum. Aber vor allem sicher wegen dem grossen Klotz. Für das Nasse finde ich meinen Klotz nicht. Und da gerade mit dem geht es nicht. Darum trocken. Hier oben machen wir noch nass, um zu zeigen. Und da vorne dann noch. Was ich eigentlich auch zeigen wollte, ist, Thema haben wir schon gehabt. Jetzt haben wir auch wieder die Kante, wo ich dort gesagt habe. Ich musste sehr viel Waren darauf rühren. Dass ich das nachher schön rausbringe. All das hier. Das sind eigentlich noch die Bühlen. Und die versuche ich jetzt rauszuschleifen. Denken die zwei hier nicht das Problem. Die Tassen können schon zu einem grösseren Problem werden. Da könnte es sein, dass ich vorher Metall nicht bekomme. Und da wird es nicht ganz schaffen, das 100%ig rauszukriegen. Aber wir probieren jetzt einfach mal. Und schauen wir uns, wie das geht. Auch hier. So flach wie möglich drüber. Wenn du ganz flach drüber gehst, siehst du, wie sich das verändert. Hier etwa. Ja, die sind tief. Mal schauen. Jetzt muss ich gut schauen, dass ich sehe, wo als erstes das Blech da vorne kommt. So. Die Tieren da, die bringen irgendwie raus. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ja. Ich weiss nicht, ob es gesehen ist. Hier fängt es jetzt an vorne zu kommen. Das ist jetzt die höchste Stelle vom Blech. Da. Da habe ich jetzt noch zweimal drüber gegangen. Jetzt sieht man es besser. Mehr runter darf ich da nicht. Und das erwartet jetzt hier vorne eigentlich auch etwa so. Trotzdem, wenn möglich, siehst du jetzt geht es los. Geht auf einmal schnell. Hier. 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 Hier probiere ich noch etwas. Ja. Nicht schlecht. Okay. Gut. Hier. Hier. Da gehe ich jetzt. Das machen wir eigentlich nicht. Also eigentlich sollte sie da schön flach sein. Aber egal. Ich gehe jetzt das verschleifen. Das hat zwar nachher dort noch das Päunen. Ich gehe nicht die Päunen rausnehmen. Sondern ich gehe einfach nur den Füller verschleifen. So wenn du drüber fährst. Hier unten. Hier merkt man. Ja. Es ist nicht schlecht. Für das Wellbleche, das wir vorher hatten. Okay. Und eben, wie gesagt. Du siehst es noch relativ zackig. Auf einmal kommt es vorne. Und dann ist das immer die höchste Stelle vom Blech. Und nachher heisst es aufpassen. Sehr gut beobachten, was passiert. Wenn ich jetzt gerade alles auf die Höhe eingestellt habe. Ich fange ja auch hier mit nass. Aufgehärb am meisten Sinn. Ähm. Da ist es nicht ideal. Die Löcher hier. Die lassen Wasser rein. Wissen wir aber. Wir müssen sowieso noch mal alles abnehmen. Weil er muss die Türgriffe wegnehmen. Um nachher lackieren. Respektive polieren. Also ist ja nur halb so wild. Gut. Jetzt geht es darum. Und jetzt fängt die Soße an. Das Papier reift auf die Klötzlinggrösse. Ich habe jetzt hier meinen. Das ist eben nicht mein Masterklotz. Aber egal. So. Dann fängt er an. Da immer ein wenig. Ein wenig Druck. Ein wenig Wasser geben. Dass es so schön läuft. Und dann eigentlich das gleiche machen wie immer. Dreifen bis Thermapool. Dann habe ich jetzt übrigens. 600er Nass. Das ist ungefähr das gleiche. Wie 400er Trocken. Und da kommen wir schon in die Problemzone rein. wieder hier. Wieder dieser hier. Das haben wir auch gesehen auf dem Video. Aber ich wusste. So ist der hier. So ist der hier. Ein wenig Sorge bereitet. Und wie gesagt. Das nass Schleifpapier. Das ist sehr günstig. Kommt überall rüber. Kannst kaufen. Du musst nicht nachrennen dem Zeug. Weil eben. Du kommst überall rüber. Und das andere musst du bestellen. Oder wissen wo du holen. Das trocknen. Und ist halt schon. Schon ein bisschen teurer. Ich denke für dich. Für deine Vespa. Also ich würde. Wenn ich dich wäre. Auf nass gehen. Ähm. Auch da. Jetzt fangen die Konturen. Hier. Und da probiere ich jetzt. So gut wie möglich. Das zu begradigen. Aber auch da ist mir jetzt schon bewusst. Oder schon immer bewusst gewesen. Ich hätte von Anfang an anders vorgehen müssen. Ich hätte den Spengler eigentlich zuerst müssen. Ähm. Die Bühle. Das ist ja so ein Schnapper. Der. 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 Ich habe das Maximum rausgeholt und hier sieht man genau die höchste Stelle und da kann ich jetzt nicht mehr weitermachen, das macht keinen Sinn. Jetzt machen wir den Rest noch etwas von Hand. Und hier vor allem, wenn es um die ganz kurzen Ecken herum geht. Immer schöne Gefühle, das kennen wir ja. Schön am Kante nach. Und hier schön in die Runde hinein. Fein, schön fein, nicht hinein mögen. Dann kommt das richtig gut. Hier kommt man jetzt an, das kannst du dann einfach durch den Rest hier noch runter schleifen. Hier haben wir auch nichts gemessen. Das ist nur wegen dem Übergang, auch beim Ausspritzen vom Fünder. Schöne Übergänge machen ist wichtig. So. Wo hat der hier? Speziell. Das muss ich nachher noch anschauen. Das ist scheisse gelaufen. Da hat es jetzt eine scharfe Kante gegeben. Ich habe immer geschaut, dass es keine scharfe Kante gibt beim Füller. Weil eben die Käse jetzt rausnehmen. Ich habe immer schön geschaut, dass es so ein Spritznebel hat. Hier habe ich bis dahin gefüllert. Dann ist es immer dünner geworden. Bis zum Spritznebel. Das macht man wegen dem Übergang. Und da habe ich jetzt einen scharfen Übergang. Weil da ist das Klebeband durch. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen rumwürgen. Das schaue man eigentlich, dass es nicht passiert. So auch wieder. Schön am Kante an. Mit Gefühl. Dann habe ich hier für das Kätzchen das Schneidpapier mit zugeschnitten oder zugerissen. So. Die Idee ist, ein längeres Gerät zu haben. Um schön hier in die Rundungen zu kommen. Aha. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Ein bisschen andere Fehlerstellen. Und so weiter. Bis es so gut wie möglich draussen ist. Ich kann dir das ganze Video zeigen. Es ist zu langweilig. Die Kante. Die Form. Schauen. Auch wieder an. Die Kante sind eigentlich klar. Schön bis gerade herangeschliffen. Oben herangeschliffen. Und jetzt hast du nur noch diese Kante zu machen. Und diese machen wir schön. Das ist immer wieder beim Thema. Schön mit Gefühl. Und gibt es auch mässig starke Hände. Und dann schauen wir uns schon an, wenn es trocken ist. So sieht es dann etwa aus. Schön wieder abgetrocknet, abgeläschen, abgetrocknet. Jetzt ist gerade alles trocken. Ausser den Boden. Verdammte Sauerei. Das muss ich jetzt noch schnell ein bisschen abziehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020